hallo was geht diesmal ist noch ein was geht dazu gekommen hast du schon mal vor mir noch so der geilen karre gesehen ich glaube nicht ich weiß auch gar nicht mehr was auch nur die andere es geht in die russerung das ist ein richtig gutes gutes deal aber es kann mir irgendwas getan im augen und was ich gar nicht nicht verborgen kann die spätrunde auch getarnte einheiten aufdecken ich weiß gar nicht ich bin mir nicht sicher klar auf eine art herausfinden hier sieht man ja sieht man sehr cool sehr sehr gut sehr sehr gut warum ist er nicht weggelaufen verlehrer hier auch da bin ich irgendwo durchgelaufen ich gebe mir eine kopfnuss aber jetzt wurde ich auch gehalten ein bisschen zu aggressiv der jammer unten wird durchgepusht ja da ist niemand als heiler brauche ich da auch nicht alleine hin also ich sollte lieber eine lane alleine haben jetzt geht es kein zurück ich bin ich bin nicht so gut geeignet ich bin tot helfe 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 bis zum wie können die denn auch schon wieder mehr schädel haben so unsere leute sterben da gerade so unsere leute sterben da gerade ja er ist auch tot ja er ist auch tot nun ja ich gehe dann mal wieder na se bob interessiert es auch gar nicht dass wir alle unten sind na jetzt brauchen wir auch nicht mehr nach unten gehen auch das ich kann ich wir haben auch zwei Helden, die gar keinen Mann haben sonst die Entscheidung nicht so schwer, auf wen ich das anregen gebe booyah nur ein bisschen was ist denn Diffen? okay wow Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, man. Shit, man. Oh, da ist die, Alter. Oh, oh. Ihr habt meine Grenzen. Hm. Hm. Die Schrauben hast du schon. Oh, Gott. Oh, Gott. Au. Au. Das sieht nicht gut aus. Leider nein. Was? Da brauchen wir eigentlich nicht reingehen. Absoluter Deathmode. Komm mal. Oh nein. Wir stehen. Oben pusht das Viech von... Ja. Drecks Maxuso. Shit. Gut. Oh, Gott. Wir sind noch nicht bei 10. Was wollen wir noch machen? Maaaan. Irgendwie sind wir... immer... in der Unterzahl. Überall. So soll es geschehen. Ssssss. Das lohnt sich, glaube ich, immer noch rein zu gehen. Ja. So. Das sind mehrere ziemlich low. Robi ist frei. Ich komm da nicht ran, ey. Oh, guck mal, Mann. Oh, guck jetzt hier. Oh, Mann. Ach, ich hatte doch schon so viel heal, Mann. Oh, guck jetzt hier. Oh, Mann. Ach, ich hatte doch schon so viel heal, Mann. Die andere Valera ist auch hier. ETC hat gerade seinen Ulti verballert. Wahrscheinlich falsche Taste gedrückt. Für Kalimdor. Mach ihn weg. Hier ist Valera. Hier ist Valera. Erhebt euch. Und lasst eure Wut freien. Wir Knochen. Für die Minen. Die Geister früher in eurer Hand. Wir haben zwar immer noch mehr, aber ist trotzdem... Okay. Gutes Outcome an sich. Ja. Gut, die waren für uns. Eure Feinde können nicht vor euch bestehen. Nein, kriegen wir nicht. Vielleicht sollten wir unten defen? Weiß nicht. Ich denke auch... Oder die Kamps nehmen. Wir müssen aber defen, sonst... Ja. Steht zu weit durch. Hier. Nein, komm. Nein. Genau. Ach, da geht es echt. Das sind zwei gekregen. Jetzt... ... die drüben... ... die drüben... ... die drüben... ... die drüben werden. Und... ... die drüben... ... die drüben... ... ein... ... die drüben... Oh Gott, kommt keiner oder hat? Leere hat mich abgefangen, ich hab's so spät gerollt. Oh, warte mal. Er hat sein Ulti gezündet und sie hat ihn ins Gefängnis gepackt. Das ist so dumm gelaufen, ne? Oh Mann. Es sind noch zwei Lager, die jetzt unten pushen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Geek now, get it! er hat gerade auch den heal gedrückt die sie schafft das auch immer zufällig ja den da raus zu holen ist auch aufgefallen wir müssen uns wieder dem kampf anschließen aus der rolle Jetzt hat er mich hier mit der Acker eingespielt. Das wird wohl der Final-Push werden. Reicht dann auch, ne? Ich muss noch mehr kommen. Oh, du ist wohl Leerer. Ach, ihr seid noch mal runter. Oh, sorry. Hau das Ding um, sonst haut es mich um. Danke, Freund. Joachim Der Golem kommt Nein, der darf uns vorher nicht kaputt machen Nein, ich hätt's noch mal reparieren können in zwei Sekunden Jetzt kann ich ne Drohne holen Caps Oh, die sind 20 Oh, Mist Und das? Das haben wir schon Jetzt nehmen die das hier oder was? Ne, Nazzle Bob Das war gut Ja, proband sie Ich hab zwei mit ein Ulti Bisschen gemäß Ich muss zwei irgendwie nur ruhig verstehen, aber Mach nix Ah, das Alberser Monster schafft das wahrscheinlich schon alleine da unten Ich hab mir dran geschickt Ui Oh, ich glaub wir müssen zurück Das ist das Ding Ihr Befestung ist gefallen Der Tod schreckt sich in den Niemens aufgericht Wählt ihr der Dunkelheit In die Mühne Und nehmt ihre Schäbel an euch Und nehmt ihre Schäbel an euch Auf Hobi Oben Oh Gott oh Gott oh Gott Wer ist da? Und nehmt ihr Ich hab's da 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 Oh goal Oh god Oh god oh god Oh god Oh god Die kommen bestimmt gleich von den Navy. Ich mach zwei von denen und tot. Mödeaktion. Okay der ist am Arsch, ich geh mal wieder zurück zur Base, weil der ist... Oh Gott ich geh nirgendwo hin. So ne Scheiße. Oh Gott. Mit Lucio. Und Valera hinter mir. Achja. Was ist denn hier? Jo. Oh. Aua. 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 Untertitelung des ZDF, 2020